Worüber haben wir in der letzten Stunde gesprochen? Pickard! Über den Vertrag von Versailles. Richtig. Und wer kann darüber etwas sagen? Mengmang, komm nach vorn. Nach Ende des Weltkrieges wurden uns durch den Vertrag von Versailles folgende Gebiete geraubt. Orten Malmidi, hier. Elsass-Lothring, hier. Posen und Westpreußen, hier. Danzig, hier. Wurde eine freie Stadt. Ebenso wurde uns das Hulschiner Ländchen, hier, weggenommen. Nordschleswig, hier. Das Nehmelgebet, hier. Und unsere Kolonien in Afrika. Richtig. Und? Berlinger? Die Franzosen haben das linke Rheinufer besetzt. Ganz richtig. Und? Kröbel? Wir wurden gezwungen, England und Frankreich Milliarden und Abermilliarden für sogenannte Wiedergutmachungen zu zahlen. Was wozu führte? Kuhn? Zur großen Inflation von 1923. Die das schwer geprüfte deutsche Volk zur Armut verurteilte? Während von wem riesige Gewinne gemacht wurden? Keller? Von ausländischen Spekulanten, Herr Lehrer. Wie klar, zwei! Musik natürlich.